Voll das Weichei. So, die Stelle meinen sehr nicht. Ich gucke mal auf uns. Ja, gucken ist immer wichtig. Zack. 200 Gold. Hat sich definitiv gelohnt. Also an solchen Stellen muss man echt immer mal gucken. Kann immer was Gutes dabei sein. Ich gucke nochmal. Ne, war nur die Stelle. Ich hab's davon weiter hinten gemacht. Hätte ja sein können, da ich die eine Sache nicht gesehen habe. Oh, das sah megwürdig aus. Heftig, was ist denn hier passiert? Wo hab ich ausgeweidet? Wie das aussieht. Wie das aussieht, ey. Das sieht so witzig aus. Aber wieso sind die so aggressiv? Schlimmer deine Face, Mädel. Hat das Leder gegen dir, okay. Ja, er hätte mich auch jetzt gewundert, wenn ein zweiches Leder noch verstärkt ist oder so. Hier war aber noch mehr zum Looten, oder? Hier waren nur die beiden. Da ist er billig. Oh, da ist noch was. Zack. Eisen. Hm. Hm. Ich hätte es witzig gefunden, wenn wir gegen drei gekämpft hätten. Das kann ich nicht. Nee, das kann ich nicht. So. Wollen wir kurz übers Wasser und den Aussichtspunkt holen? Guck mal, da ist schon wieder irgendein Noob gestorben. Als ich kurz bei dem kleinen Aufnahmekad, den wir hatten, hab ich auch kurz überlegt, wie der Typ da überhaupt sterben konnte. Weil, die war ja, die Stelle, das waren ja nur drei Typen und weit unter sonst einem Level. Wir nehmen das Boot. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Oh. Können wir eigentlich nicht stacken, das wäre interessant gewesen. Aber es hört auf jeden Fall irgendwann wieder auf. Ja, sonst mag würdig, finde ich. Könnte man ja viel, äh, das total ausnutzen. Ich denke, da ist eine Fragezeichen da oben, das holen wir uns nicht. Da ist ich mir zu nah an der Karte. Das kann man sich ja holen, wenn wir dann zu der Karte gehen. Müssen wir sowieso noch da oben. Oh, Kokodile wieder. Nice. Boah, richtig weggepuckst. Hat ja nichts besseres zu tun. Er hat mich nicht getroffen, er hat mich nur weggeschust. Ja, komm, ich schnudel kurz. Schon ein bisschen backen kann das sein. Oh, noch gestorben. Nice. Zack. Auch meins. Und was ist das hier, was wir hier gefunden haben? Schatzplündern. Bestimmt unter Wasser. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Ich wollte mich gerade hier so ganz in Ruhe mal ein bisschen umgucken. Und dann kommt auch wieder so. Stell dich mir nicht so an. Es waren ja nur zwei Krokodile. Schon ein bisschen enttäuschend. Mehr wäre ein cooler gewesen. Hier gibt es auch bestimmt wieder was zu looten. In dem armen Dorf hier. Ja, was heißt hier, Dorf. Nee, hier ist nichts. Ja, gut, das war ein Vogel, der gestorben ist. Das zählt jetzt als nichts. Das zählt nicht. Dann gehen wir mal erstmal hier auf den Mast hoch. Schon ein bisschen merkwürdig gebaut. Was sollen das hier überhaupt darstellen? Ein Aussichtspunkt? Könnte erst noch... Ja, muss ja ein Aussichtspunkt sein. Also, ja, Aussichtspunkt von... Aber für die anderen. Ich glaube, es soll... Irgendeine Bedeutung muss das haben. Da schwimmt ein Ausrufezeichen rum. So, wir haben aber, glaube ich, nichts weiter aufgedeckt. Das da hinten ist uns egal. Das Freizeichen ist uns egal. Ah, okay, dann bewegt sich das, weil... Das war davor dann noch hier irgendwie. Dann geben wir... Jetzt necken wir uns noch die beiden. Dann können wir nämlich hier ganz willkommen wieder hingehen, wo wir... Ach nee, das war ja das Geier-Nest. Hä, wo war denn... Flussversteck? Da war das. Ich glaube, hier war das. Die Dattelsache. Das war hier, glaube ich. Fällt mir nämlich gerade auf... Ja, das war ja gar kein Aussichtspunkt. Ah, ich war die Idiot. So, wir... Wir gehen erstmal zu dem Schiff. Ich gucke gerade mal. Unser Schiff steht da noch. Ich habe immer voll Schiss, wenn wir im Wasser schwimmen. Weil ich mich ja immer so hilflos fühle. Aber wir können ja auch hier... Rumbuxen. Wo ist denn jetzt das mal ein blödes Boot? Bist du neu oder alt? Alt. Nee, ich nehme einfach das Boot da. Draufgeschissen. Junge, mach mal Platz da. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Ach, nett. Er hat mich runtergeschmissen. Ja, ja, schön mal hart. Schill deine Base, Junge. Gucken, decken wir die eine Sache hier auch gleich auf, wenn wir drüber schwimmen. Überwand. Nimm dich mit Dana. Dein Typ da ist bestimmt an dem Boot hier gestorben. Ja, da ist er. So, der Typ ist schon mal weg. Ich glaube, ich habe gerade explikt bekommen dafür, dass ich den Typen getötet habe, der den Typen getötet hat. So, langsamerhandig. Auch wenn ich verstehe, wie man hier sterben kann. Weil der V7, da ist ja nicht so nix. Was ist denn immer mit den Leuten? Was haben wir denn hier? Ah, jetzt können wir es machen. Finde und töte den oder die Schuldigen. Ist das auf Zeit? Ähm, Quest. Oh, neben Ereignis. Ist auf Zeit. Aber steht nicht, wie... Hm. Ergwürdig. Aber steht aber nicht dran, wie viel Zeit ich habe. Ich würde mal gerne hier die ganzen Stämme da reinschmeißen. So aus Just for Fun mäßig. Ist das ein Boot? Wir lassen es erstmal sein. Vielleicht bleibt ja die Quest. Vielleicht bleibt es ja. Wir lassen es erstmal. Dann machen wir mal zur anderen Stelle. Ja, ich hätte auch das Boot nehmen können. Ich vergesse es immer wieder. Das sind Dinger, die man dann kaputt machen kann. Dann kommt da Öl raus. Dann kann man das anzünden. Deswegen schwimmen die hier überall rum. Einen anderen Grund haben die nicht. Katze. Schmusekatze. Ja. Wir hätten sein Pyramiden. Neuer Ort. Tschüss, Shrack. Hört sich an wie Schatzjagen. Was bist du denn für einer? Chill mal hart. Ja, ich muss definitiv runter. Schmusekatze. Du, 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 du. Zack, zack. 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 Wieder XP bekommen. Habe ich alles? Ich glaube, auf der anderen Seite ist noch was. Ich gucke da mal. Nee, ist nix mehr. Mit X tauche ich auf Chips. Das ist der Typ noch da? Natürlich ist der noch da. Vielen Dank. Ist der Mägel vor Ort? War das nicht der, den ich? Die Götter lieben großzügige Seelen. Das wäre interessant. So, und jetzt gehen wir hier hin. Und dann werden wir hier so im Kreis runter dann gehen. Dann haben wir da oben alles abgefrühstückt. Sind wir da schon mal fertig? Haben wir echt was geschafft? Bin ich ein bisschen stolz auf Misch? Nein, da hinten ist unser Boot, glaube ich. Unser altes. Ey, ist ja auch egal. Wolltest du Latte? Kann ich eigentlich aufs Land damit? Oder wollt ihr da? Cool. Und dann ist es kaputt. Tschuldio. Na, was seid ihr denn da für Burschis? Ja, genau. Und dann kann ich einfach neben drauf. Das ist schon. Was tut da nicht mit dir? Aua. Ey. Pfff. Kontaktengriff. Hatten die irgendwas Schönes dabei? Aber wir hatten ein Pferdchen. Können wir kurz gucken. Liegt irgendwas Schönes? Ciao. Ciao, Bella. Na, das könnte hier aber auch echt gut klappen. Datteln und alles. Also, ich bin stark der Überzeugung, dass das der Brunnen ist. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Aber da kann ich gar nicht rein. Ich kann in den Brunnen nicht rein, das ist schlecht. Kann das der Brunnen nicht sein. Das hätte aber auch echt gut gepasst. Hm. Vielleicht kommt das dann erst noch, wenn ich... Wenn ich die Quest vervollständigt habe und dann hier wieder ankomme. Hm. Oh, bei sie hier. Aber das passt echt auf... Mit der Faust aufs Auge. Mit dem Brunnen. Hier liegt auch nochmal was. Hm. Das ist ja blöd. Und hier ist auch nichts. Nee. Das hätte so gut gepasst mit dem Brunnen. Hm, Mann. Vor allem, das ist ja hier eine Dattel... Farm? Farm war es, glaube ich. Dattelfarm. Hm. Da hätte das echt gut gepasst. Hm. Na, mal schauen. Wenn ich die Quest ja vor vollständig nähe, komme ich ja hier vielleicht nochmal... Ja, doch, wahrscheinlich. Und... Mal schauen. Vielleicht... Kann ich ja dann den Brunnen öffnen. Oder ich versuche es dann nochmal irgendwie... Vielleicht muss ich dann irgendwie anders gegenschlagen oder so. Keine Ahnung. Ja.